Herzlich Willkommen liebe Leute zu diesem Pack Opening von mir, Boba von Ex-Fifers und Ex. Es gibt 35 Carpacks und wir werden drei Stück davon aufmachen. Jo, fangen wir einfach mal an. WM war bis jetzt, oder war gerade eben. Deutschland hat 4 zu 0 gewonnen gegen Portugal. Unfassbare Leistung. Und wir fangen mit dem ersten 35 Carpack an. Es gibt zwei internationalen Man-of-the-Matches. Einmal Benzema, einmal und einmal, ähm, na, Rodriguez, Team of, äh, Ja, Team of the Season bezorfen, Rodriguez, aber ich meine, Man-of-the-Match oder International-Man-of-the-Match. International-Man-of-the-Match, Rodriguez und International-Man-of-the-Match, wenn sie mal, und International-Man-of-the-Match, Rodriguez und, und hast du nicht gesehen. Und wir, ich schaue jetzt einfach, ich gucke, ich schaue jetzt einfach, wen wir picken. Aha, oha. Das ist ja fast gut. Da brauche ich nicht mehr zu gucken. Ah, nee, brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Alter, was ist denn los? Ich will doch jetzt nur Benzema ziehen. Benzema, Benzema, Benzema. So, komm. Nose-Pack. 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 Aua. Ich habe voll den Controller gegen meine Nase ge-ge-basht. Aber auch das Pack war wieder grauenvoll. Mann, Leute. Leute. 90k haben wir jetzt wieder. Okay. Okay. Gut. Komm, schon irgendwie Benzema ziehen. Nein. Naja, okay. Komm, machen wir noch einen Pack auf, zwei Packs auf oder so. Dann war es das auch von dieser Episode. Von Pack-Opening, ja. Ja, ja. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, bitte ich euch, mir einen Daumen nach oben zu geben. Wir haben leider nichts Gutes gezogen. Oder vielleicht kommt das ja noch, ne? Wer weiß. Wer weiß. Nur der liebe Gott. Ja. Ist halt so. Aber das ist ja klar. Das ist ja. Kann ja nicht anders sein. So. Und jetzt haben wir wen drin. Okay. Das ist nicht gut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Euer Boba von X. Wie war so ein X. Bitte mit auf die X. Ich wollte einfach heute am Montag ein Video rausbringen. Weil ihr wollt ja auch Videos sehen, ne? Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Boba von X. Wie war so ein X. Mit dem Topics. Ciao, ciao.